Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, ADHS, ist eine der häufigsten psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Kinder mit ADHS haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und sich zu organisieren. Einige Studien deuten jedoch darauf hin, dass Kinder mit ADHS auch ein höheres Risiko für sogenannte Internalisierungsstörungen haben, die oft mit Angst, Depressionen und anderen emotionalen Problemen verbunden sind. Und Internalisierungsstörungen können sich auf verschiedene Arten manifestieren. Einige Kinder können Angstzustände haben, andere können sich traurig oder hoffnungslos fühlen. In einigen Fällen können sich diese Symptome auch in körperlichen Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Magenschmerzen äußern. Interessanterweise zeigen Kinder mit ADHS oft eine höhere Prävalenz von Internalisierungsstörungen im Vergleich zu Kindern ohne ADHS. Eine aktuelle Studie hat gezeigt, dass Internalisierungsstörungen bei Kindern mit ADHS auch zu einer Beeinträchtigung der Lebensqualität im späteren Leben führen können. In der Studie wurde festgestellt, dass Kinder mit ADHS und Internalisierungsstörungen im frühen Erwachsenenalter ein höheres Risiko für Entwicklungs- und Anpassungsprobleme haben als Kinder mit ADHS, aber ohne Internalisierungsstörungen. Warum haben Kinder mit ADHS ein höheres Risiko für Internalisierungsstörungen und warum können sie später trotz erfolgreicher Behandlung noch Symptome wie Depressionen oder Entwicklungstraumata haben? Es gibt viele mögliche Gründe. Einige Studien deuten darauf hin, dass genetische Faktoren eine Rolle spielen können. Andere Studien haben gezeigt, dass Erfahrungen in der Kindheit wie ZB-Traumata oder familiäre Probleme das Risiko für Internalisierungsstörungen erhöhen können. Auch wenn Kinder mit ADHS erfolgreich behandelt werden, können sie dennoch später Symptome wie Depressionen oder Entwicklungstraumata entwickeln.